Guten Morgen! Wir frühstücken heute auf dem Schiff und wünschen euch alles Gute. Ich bin der Hubert, das ist Matthias, die Fellas. Und weitere Videos findet ihr einfach unten auf Gefällt mir Brücken. Und dann findet ihr jede Menge Videos von uns über die Queen Elizabeth. Wir sind jetzt auf der Queen Elizabeth und liegen in C. Brücken im Hafen. Und ich mache heute einen Ausflug nach Brücke. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Gute Schokolade. Und hier unser Frühstück auf dem Balkon. Super lecker. Kann man einfach bestellen. Abends bis 1 Uhr muss man es abgeben. Und dann kriegt man das Frühstück auf die Kabine gepackt. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao. Tschüss.